Ich habe nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich darf nicht wählen. Ich habe keine österreichische Staatsbürgerschaft. Ich darf nicht wählen. Ich habe keine österreichische Staatsbürgerschaft. Ich darf nicht wählen. Ich bin ein Osteranierer und kann nicht wählen. Und ja, sogar ich bin eine Ausländerin und darf nicht wählen. Doch, du kannst wählen, denn du bist EU-Bürgerin. Und wir von Volt, wir wollen, dass du volles Wahlrecht in ganz Wien erhältst. Wähle daher am 11. Oktober Volt die erste europäische Partei. Wir sehen uns.